Julian hat mich Anfang der Woche das erste Mal kontaktiert und mich da in seine Gedanken eingeweiht, wie er es vorhat. Hatte dann natürlich auch noch die eine neue Entscheidung, die er treffen musste. Dann hatten wir gestern nochmal Kontakt, haben sowohl geschrieben als auch telefoniert. Er hat mir dann erklärt, wer dabei ist und warum und warum nicht. Und dann hat er, glaube ich, jeden einzelnen Spieler nochmal persönlich kontaktiert und ihm das dann erklärt. Und ja, wir freuen uns natürlich für Mats, dass er dann wieder dabei ist, weil ich glaube, er hat es sich absolut verdient durch seine Leistung. Nicht nur in dieser Saison, sondern besonders auch in den letzten Jahren. Und das freut uns natürlich. Und ja, wir respektieren die Entscheidung. Wir werden diese Entscheidung nicht kommentieren, sondern Julian ist der Bundestrainer. Julian muss harte Entscheidungen treffen, so wie wir dann an Bundesligaspieltagen die Entscheidung treffen müssen. Aber wir drücken natürlich der Deutschen Nationalmannschaft die Daumen. Ja, Emre ist ein extrem wichtiger Spieler für uns und auch besonders für mich als Trainer. Wir sind jeden Tag im Austausch. Wir besprechen sehr viele Dinge bezüglich der Leistung, bezüglich der Mannschaft. Und da ist Emre ein extrem wichtiger Ansprechpartner für mich. Also er weiß natürlich, dass er jetzt nicht in absoluter Topform ist. Aber wir wissen ganz genau, dass er da hinkommen wird. Und dabei werden wir ihm helfen, dabei werden wir ihn unterstützen. Und ich finde, er hat jetzt auch in den letzten Einsätzen dann eine ansteigende Form gezeigt.